Warum untersuchen? Was ist denn aus? Da wollte ich nicht, dass du es im Stil Wohne! 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 Bravo! Noch, da gibt's mir jetzt weiter! Der Zug ist hier jetzt! Wohne! 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 Ja schön! idays Wohne! Er hat gestern gesagt, dass er das erste schneiden muss. Er hat B, weil er es genau hat drin. So trifft er wieder, gell? So, bravo! Aufsitzen aufs Fahrzeug! So, jetzt sehen wir die Räder. Also, dann geht es um die Räder. So, jetzt geht es um die Räder. Ja, das war's! Im Fahrrad werden die Augen verboten? Teilfahrer eigentlich, Teilfahrer! Ja, Mutti! Nein, das war's von der Wurst. Das ist schon mal oben. Der Hut aber zu. Der Hut aber zu. Der Hut aber zu. Der Hut aber zu. Ruhe, 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 Ruhe! Weiter, 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 weiter! Stopp! Den Außestringer sind erwischt. Das heißt für den Fahrrad zehn Liegestützen. Ihr dürft ihn auch anfeiern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Eins, zwei, drei, neun, zehn! So, wieder aufsitzen bitte. Jetzt werden die Fahrrad hier anverbunden. Ja, da stehen die Bewegung gleich schön. Ja, ja. Ich sollte das nicht verantworten, oder? Der Fahrrad darf nicht sehen, und es geht rückwärts durch diesen Parcours. Jeder Stemper, was umfällt, sind fünf Schlechtpunkte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auch die letzten Jahre wissen wir schon, es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Da haben wir schon den kohesten Ehrestreiter rausgebracht. Rechts und links ist auch nicht so einfach. Aber die Einfahrt haben sich schon mal super getroffen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, aber... Ja, aber... Jetzt wird's wahrscheinlich irgendwo hingehen. Jetzt wird's wahrscheinlich irgendwo hingehen. Du scheiße, rot, rot, rot! Aber drauf fahren wir schon mal, ja? Ja, ja. Ja, ja. Das Hindernis ist dankbereitet mit der letzte Stempel, der Mittlere, der muss umfallen. Super! Jawoll, das machen sie super! Und dann weiter, 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 weiter. Noch ein Stückchen. Der letzte Stempel muss umfallen. Au! So! Vorwärts, jetzt wieder raus. Ja, dann hat man schon so. Natürlich, wenn man außen vor der Stempel umfallen, das sind noch die Doppelklatschenpunkte. Stopp! Der Fahrer hat jetzt eine Landseite in der Hand. Mit der muss er die vier Ringe aufwärmen. Und der Beifahrer, jetzt muss mit dem Sock das Ziel hoch. Einen Sock hoch! So geht's! Hopp! 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 Den ersten Ring hat sie schon. Power! Den zweiten Ring hat sie auch. Wenn ein Ring allenfallt oder ein Stempel umfallt, sind wiederum gut. Treffpunkte. Der Toni ist schon im Ziel. Applaus in Toni! Ich beginne halt den ersten Ring. Ich bin kippt, ob es da noch ein paar Hingern ist oder am Boden. Ich bin kippt, ob es da noch ein paar Hingern ist. Ich bin kippt, Jagen. Ich bin kippt, Jagen. Jetzt sind die Ringe in Doppelklatsch. Ich bin kippt, Jagen. Zeit, ich bin kippt. Das ist schon mal ein paar Hingern. Auf geht's doch! Bravo! Oh ja! Vierfinger! Und los geht's! Gut zieht! Bravo! Keiner stellt uns nicht! Applaus mit denen sind vorne! Bravo! Bravo! Bravo!